Und ein schnelles herzlich willkommen zurück. Ich habe vergessen, auf Aufnahmen zu drücken. Ich bin von New York Gameplay, das Hobby, wobei Pokémon Tekken Dax auf Nintendo Switch. Hey! Ich bin wieder unterwegs mit meinem Knackhack und wir kämpfen gegen Yuki Mitsui Kun aus Deutschland mit 399 gegen Juhu. So. Alles gesagt. Bevor der Kampf losgeht, jetzt kann ich wieder normal reden. Sie ist Gruppe C4. Zwei Gruppen über mir also. Mal gucken, ob es auch sehr explosiv ist. C4, ne? Also. Okay, schauen wir mal, was passiert. Ja, auf mich Schaden zu verursachen. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder so lange nicht mehr mit Knackhack gespielt, dass ich mit dem erstmal wieder reinkommen muss. Na, wir wollten ihn nur mal einen kleinen Vorsprung lassen, ne, Yuki. Hey, ich wollte greifen. Was soll der missen? Der scheint gute Verteidigung zu haben, ne? So. Jetzt bin ich wohl am Zug. Geht doch. 1-1. Ach ja, Knack-Krack. Diesmal nicht, mein Freund. Aber eher dafür. Nein. Hör auf. Ich warte, wenn man das dann Eingriff macht. Das gibt's doch nicht. Mach. Nein! Nein! Hat Donner gewonnen! Meine Güte! Warum klappt immer nur eine Runde gut, aber nie zwei? Jetzt habe ich schon mal einen Knackrack und ich bin sogar kurz davor, wieder abzusteigen. Das gibt es nicht. Okay. Na gut, das war der erste Kampf mit dem Knackrack seit langem mal wieder. Ich musste erst mal warm werden mit ihm wieder. Und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei, wenn es wieder funktioniert. Von daher wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite und mit meinen Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Kampf wieder. Wenn es wieder heißt, Pokémon Tekken X auf der Nintendo Switch mit von Neuer Gameplays als Hobby. Ja, und dir nochmal einen herzlichen Glückwunsch, die mich da besiegt hat. Ich weiß leider den Namen nicht mehr, sorry. Ja, auf Wiedersehen und tschüss! Bis dann! Danke! Bis zum nächsten Mal.